Hallo, schönen guten Abend. Pressekonferenz nach dem Playoff-Finalspiel. Grizzlies Wolfsburg gegen den ERC Red Bull in München vor 4503 Zuschauern. Entstand 2 zu 7 aus Sicht der Grizzlies. Glückwunsch an den ERC Red Bull in München und dessen Trainer Don Jackson hat die ersten Worte zum Spiel. Guten Abend zusammen. Wolfsburg ist gut aus der Kabine gekommen und hat zweimal vorgelegt. Es war sehr wichtig für uns, dass wir zweimal sofort antworten konnten. Im Irak haben wir das Spiel unter Kontrolle bekommen. Es ist aber nur ein weiterer Sieg. Am Montag geht es weiter. Danke sehr. Herzlichen Dank, Don Jackson. Pavel, deine Worte zum Spiel. Ja, gratuliere. Guten Abend erstmal. Gratuliere. Doni, seine Mannschaft, zum verdienten Sieg. Ja, heute war das kein enges Spiel. Es war klar, wir würden aber nicht negativ sein. Wir würden weiter auch marschieren, weiter gehen, dem Gegner das Leben schwer machen. Und wir haben schon einmal da gewonnen. Warum sollten wir nicht noch einmal gewinnen? Also gehen wir einfach da. Es ist ein Sieg und gehen wir weiter am Montag. Danke. Vielen Dank, Pavel. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Heute keine Fragen. Beide Coaches haben es angesprochen. Am Ostermontag geht es weiter. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle frohe Ostertage. Bis dann. Tschüss, ciao von dieser Stelle.